Also, jetzt wieder mal vor einem Krankenhaus. Da sieht man viele abgestellte Autos. Ich darf jetzt nicht die Nummer davon halten möchten. Und da denke ich mir, ich habe in geschützten Bereichen, Neurologie, Psychiatrie, psychiatrischen Anstalten gesehen, dass manche Menschen drei Monate oder länger behandelt werden, dass aber die Gesprächszeit, die Intensive, oft nur eine Minute ist, vielleicht im Monat. Das heißt, es wird schon die Visite in der Agenda wahrgenommen, aber dann doch nicht so, dass einmal ein größerer Therapeut, Psychologe oder ein Psychiater so sagen würde. Ja, so und so, Herr Müllermeyer, wie geht es Ihnen? Und dass er ganz flüchtig an die Hand aufheben würde. So viel Kraft hat er dann doch wieder nicht. Er versucht es zwar immer, durch ein jahrelanges Nachtraining, das heißt nach Medizinstudium, noch Facharztstudium, nach Facharztstudium, noch zusätzliche viele Ausbildungen, aber dann reicht es meistens doch nicht für die große Kraft, dass er einmal zum Beispiel, wenn ein Patient drei Monate liegt, aber ihm an der Station das einmal so sagt, guten Tag, Herr Müller, ich grüße Sie. Geschweige denn, dass er würde einmal die Geduld aufwenden und am Hinterkopf, also von etwas von Ferne, also fünf Zentimeter vorbei, so leicht, dass diese warme Bioenergie rüber käme. Und selbst dann, wenn er das machen würde, im Zuge einer manuellen Interaktion, manuelle Medizin, dann ist die Frage, ob diese Dinge nachhaltig, nachträglich, den Menschen gesund machen oder nur zum Erstaunen bringen. Also, weil du spürst dann, wenn du das tust, dass du ihm diese Energie gibst. Und ja, fällt zurück am Hinterkopf warm, wie ein Baby, aber spürt diese Energie, diese Sonnenstrahlen, die plötzlich auf ihn einfallen. Irgendwas wird locker, okay. Aber dann ist auch als Geschöpf, nehmen wir an, das ist ein 50-jähriger Mann, der behandelt wird, dir irgendwo ausgeliefert, verstehst? Weil er sieht, du bist der Machtträger, du bist so wie Schamane, du bist der Psychiater oder Arzt, der Heiler. Und ich habe 50 Jahre in der Fabrik gedient, monotonisiert, am Arbeitsplatz und habe das ganze Leben keine Liebe von einer Frau erhalten, keine Zärtlichkeit, weder durch Kochen, durch Sexualität, noch, dass ich ein Kind in die Welt setzen durfte, alles wurde mir frustriert, verstehst? Und dann kommt ein fremder Mann, also dieser Heiler ist ein Mann, meine Rivale und tut bei mir so, okay. Und ich bin wie ein Baby und spüre diese Wärme, die Sonnenstrahlen. Aber irgendwie ist das dann genau wieder was, was man aus religiösen, ethischen Gründen zum Teil auch wieder ablehnen muss. Das heißt, dass man sich so tief daran verbeugt, tief als in dieser knierenden Hocke, als Klient, verstehst du, von diesem Menschen. Bitte reinhalten. Das gilt in der Psychiatrie und in der Medizin, in jeder Art von Schulmedizin oder Naturheilkunde oder bioenergetische Übertragung oder Schamanismus, dass man aufpassen muss. Wir leben ja in einer ethnologischen, von der ethnologischen Seite könnte man sagen, einer Welt der Vereinsamung, wo jeder nur Empfänger ist, aber nicht interaktiv mit dem Heiler kommuniziert. Das heißt, er wartet hier im Krankenhaus ein paar Tage, bis sich jemand um ihn bemüht und dann drei Minuten längstens auf ihn einspricht. Also das, was das wirkliche Gespräch dann bedeutet, verstehst du? Und dann muss er wieder in wartender Stellung, im Warten des Gottes beharrlich absitzen, verstehst du? Und in der Naturvölkern, also das, was ich anspreche, spreche die Kardinalfähigkeit, das Kardinalvermögen des Relativismus bedeutet, auch in der Ethnologie, dass man erkennt, dass es andere Völker gibt, wo ja der Stamm den ganzen Tag eng mit den Armen, mit den Schultern aneinander, gegeneinander zum Beispiel so gelernt ist. Zum Beispiel, ich habe einen Freund gehabt als Junge in südlichen Kulturen, mit dem bin ich immer so gesessen, wie ich an diesem Containerkübel jetzt sitze. Also Rücken an Rücken und wir haben diskutiert und andere haben uns beleidigt, weil wir seien vielleicht homosexuell oder sowas, das ist überhaupt nicht, sondern wir haben immer gefühlt, diese Stärke im gegenseitigen Kontakt haben, sich rückenmäßig abzustützen und jeder hat seine Flasche gehabt, irgendwas zu trinken und einmal geplaudert, das war gar nicht. Und wir haben nie das ganze Leben, keine einzige, also diese zehn Jahre an mir, keine einzige handgreifliche, also wir haben uns nie irgendwie was wehgetan und waren aber zwei ganz wilde, jeder energetischer Mensch. Verstehst? Das ist das. Das abhängig machen ist auch nicht gut. Das sind die Interaktionen. Es ist vielschichtig. Das ist vielschichtig. Das ist vielschichtig.